Wir machen 500 fürs Auto und 500 am Top für die Familie. Was hast du vor? Tausend. Du hast Hintergedanken? Nein. Gehen wir noch irgendwo hin? Ja, da lacht sie. Kann ja gar nicht so glauben. Nee, meinst du das ernst, Herbert? Ich mein das ernst. 500 fürs Auto und 500 wegen der sozialen Aktion. Tanja, heute scheint die Sonne bei uns beiden. Ich danke dir. Sehr gern.